Ja, ich bin Sabine Künzel, ich wohne in Sangerhausen und am 6. Juni werde ich natürlich zur Wahl gehen und meine Stimme bekommt Carola Kunde, weil ich überzeugt davon bin, dass sie sich einsetzt für die Kinderrechte, für die Ärmsten der Gesellschaft und natürlich auch für den Mittelstand sowie für die gesamte Region, um Gerechtigkeit und eine linke Politik durchzuführen.